Yo Leute, ich schäme mich ein bisschen dafür. Es werden Kisten geöffnet. Ich habe ein Problem. Wenn ihr auf den Shop drauf geht, und dann auf Skins, dann seht ihr, mir fehlen 6 Skins. Jetzt haben wir aber noch ein anderes Problem. Wenn ihr auf meine Loots drauf geht, dann auf diese Project-Dinger, dann seht ihr, dass mir Irelia Prestige-Edition fehlt. Zulück hat Summit, der Ehrenmann, ich glaube, er hat mir 5000. Warte, kommt man hier für 5000? Oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er mir RP gegeben. Sehr viel RP. Jetzt muss ich ein bisschen ausrechnen. Okay, wie kann ich diese RP am besten nutzen? Wie komme ich am leichtesten ran? Wie hole ich das meiste raus? So, dann hat einer geschrieben, Silphi, hol dir diesen Pass für den Kack hier. Ich meine, den Pass hier habe ich noch irgendwie. Da farm ich mir noch ein bisschen was an. Und dann kann man sich hier unten auch nochmal diese Orbs holen. Ja, aber diese Orbs sind mir hier scheißegal. Wobei, sie sind mir nicht scheißegal. Da müssen wir uns jetzt hier ein bisschen durchfuchsen. Deswegen mache ich jetzt folgendes. Ey, das Emote ist cool, by the way. Wir machen jetzt folgendes. Ja, wir geben jetzt unseren Scheiß so gut es geht aus. Und holen uns den Pass. Und wenn RP übrig ist, mache ich ein Giveaway. Ja, das heißt, wir müssen erst mal gucken, wie das Ganze hier ausgeht. So, diesen Pass will ich auf jeden Fall holen. Denn es gibt hier sogar noch Orbs mit dabei. Big Brain. So. Ich weiß gar nicht, was in diesen Orbs hier drin ist. Ist da nur ein Skin drin oder kann ich da mehrere bekommen? Open the Skinshot with a chance of 10 Bonuses like. Okay, okay. Wir können also noch einen Bonus kriegen. Warte, die machen wir gleich. Ne, warte mal. Machen wir die jetzt auf? Ne, wir warten noch. So. Hiervon habe ich auch. Oh shit. Das habe ich auch noch voll viel bekommen. Warte, jetzt muss ich nachdenken. Nein, wir machen die jetzt zuerst auf. Denn ich muss. Ich muss. Okay, okay, okay. Die haben nicht mal eine coole Animation. Die haben nicht mal eine coole Ani. So, wie kann es sein? Einen Moment. Kann man sich hier nicht ein Fragment kaufen? Ne, man kann sich nur eine ganze Schlüssel kaufen, ja. Wir holen uns den Scheiß hier. So. Guck mal, wenn ich hier einen Scheiß aufmache. Boah. Coole Animation. Ich kriege scheiß Malze heraus. Was soll die Kacke? Nicht mal richtige Animation. Haram, ja. Okay. Super Cannon. Ist super gut. Denn ich kann den super gut rerollen. Kriege ich irgendwo einen Bonus? Oh. Einen Gemstone. Cool. Ah, warte mal. Ich kann meine Gemstones auch noch wegeiern. Okay, Moment. Waterborne Corki ist mir kackegal. Leute, Big Brain. Wir machen hier raus die Scheiße. Denn so oder so, wenn da neue Skin rauskommt, ich kann die eh rerollen, Leute. Das ist kackegal. Da können wir alles rerollen. So. Und Fun Fact. Passt auf, Leute. Warte, wir machen die beiden nochmal eben kurz auf. Sogar die haben Animation. Scheiße. Battlecast, oh Gott. Und so. Passt auf. Mir fehlen ja sieben Skins. Und ich kann schwören auf meinen Nacken, Leute. Ähm. Das, das, das. Prestige. Diese richtig seltenen Skins kann man nicht einfach so rerollen. Ich, ich wette mit euch, um meine rechte Arschbacke. Prestige Irelia werde ich als letzten Skin bekommen. Jetzt kriege ich ihn als erstens. Nein. Okay. So. Wir haben den Garant Skin. Okay, cool. Alles weg mit der Scheiße. Projekt war weg. Okay. Jetzt brauche ich nur noch 5 Skins. So. Wir machen folgendes. Wenn ich 5 Skins brauche, brauche ich 15 Shards. Wir holen uns nochmal eine Packung davon. So, machen die jetzt auf. Warte mal. Ich könnte mir. Was bringt mir meine Prestige? Soll ich sagen, was cool wäre, wenn man die Prestigepunkte irgendwann eintauschen könnte in Dingens. In irgendwie Essenzen oder sowas. Weiß ich nicht. Ich kann mir die nichts anfangen. Vielleicht kommt mal wieder irgendein Skin raus mit Prestigepoints. Dann kaufe ich ihn mir instant. Aber sonst. Äh. Okay. Okay, wir haben Tarek bekommen. Ne? Ich habe 18.000 Essenzen. Jetzt come on, Alter. Wow. Das ist das Schlimmste, was ich rausbekommen kann. Okay. SKT-Zack. Das ist ein schöner Skill. Ich glaube, das ist sogar 6. Ne. Ne. Poolparty. Digga. Schon wieder? Ich kriege ja nichts. Und jetzt spackt dieser Kleine. Wofür haben wir überhaupt den neuen Client bekommen, wenn er kacke ist? Okay. Euch drei rollen wir auch. Leute. Prestige Iredia als letzter Skin. Okay. Jetzt haben wir Lucian. Der Skin ist eh hässlich. Leute. Jeder von euch, der Lucian spielt oder Lucian main ist, der weiß genau, dass Project Lucian mit Abstand der Beste ist. Okay. Ich glaube, wir kriegen ein Problem. Infernal Mordekaiser. Vielleicht sollte ich mir hier auch nochmal Schlüssel holen. Mach auf. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Drei weitere. Drei weitere. Oh. Perfekt. Oh. Perfekt. 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 Leute. Wir machen hier richtig Big Brain Scheiße. Warte. Wie viele Skins habe ich mir gerade geholt? Scheiße. Ich glaube, ich habe drei bereits, oder? Warte. Wir gucken gleich nochmal nach. Cool. Wir haben hier einen Skin rausbekommen. Okay. Es gibt mir hier noch zwei Skins. Rhyme trönt mich, oder? Sag mal. Ist es möglich, dass man irgendwann alle Emotes hat und dann keine mehr bekommt? Okay. Moment. Moment. Wir müssen nachgucken. Ich bin gerade so richtig unlucky. Ich glaube, mir fehlen noch vier. Okay. 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 Ich brauche noch fünf Skin Shards. Nein. Scheiße. Ich brauche neun. Ne. Acht. Einen habe ich bereits. Die hier können wir nicht eintauschen. Die hier. Was passiert? Wenn ich mir Schlüssel... Soll ich mir Schlüssel kaufen? Hier kriege ich nicht genug raus. Okay. Was wäre am smartesten? Was wäre... Wir zahlen hier 200 mehr. Scheiße. Okay. Wir holen uns die. Oder Schlüssel. Leute. Wir holen. Komm. Okay. Ich bereue es gerade. Scheiße. Ich bereue es gerade. Oder? Komm. Warte. Leute. Wie viel kostet ein Mystery? Ich glaube 450 oder sowas. Oder? Ne. Ich will nicht kaufen. Ich will giften. Scheiße. Wie viel kostet das? Unlock a Mystery Skin. Okay. Es kostet 490. Scheiße. Kann ich euch hoffentlich wenigstens eins davon holen? Ich bereue gerade richtig, was ich mache. Ne. 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 Bitte. 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 Ey. Fehlt mir der? Yes. Ja. Big. Ah. Nice. Nice. Das heißt, den können wir upgraden. Oh mein Gott. Das könnte ein richtiger Big Brain Move sein. Okay. 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 Ich will keine scheiß Emotes haben. Verpiss dich, Ryan. Okay. Okay. Nein. Nicht okay. Komm. Bitte gib mir wenigstens noch einen. Gib mir bitte. 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 Okay. Okay. Ich meine, hier kann ich mir auch noch was farm. Das wäre jetzt Gacke. Bruder. Ich habe geintet. Glaub ich. Bis zum Video. Okay. Passt auf, Leute. Wir machen folgendes. Wir machen folgendes. Ich rolle jetzt den restlichen Scheiß weg und give away euch trotzdem. Warte mal. Lass mal gleich darüber reden. Ich hole mir jetzt nochmal hier den Rest im Schlüssel. Ich habe so hardcore geintet. Okay. Ich hoffe, das lohnt sich. Bleibt nochmal kurz dran. Okay, wir können noch viermal aufmachen. Okay. Wenn ich jetzt noch drei Skins bekomme. Straight up. Drei. Einer. Ich will keine Wands. Okay. Es wird nicht der Irelia-Skin drin sein. Normal wird er nicht drin sein, weil ich Pyke habe. Okay. Kann man sich nicht ein Fragment kaufen? Ich würde mir so gerne ein Fragment kaufen. Komm. Whatever. Whatever. Key Fragment. Let's go. Leute, ich lasse es jetzt richtig drauf ankommen. Ich lasse es jetzt richtig drauf ankommen. Leute, right zockt euch ab, ne? Es ist nicht so, dass es random ist, jeden Skin zu bekommen. Sondern Prestige und sowas gibt es nur als letztens. Okay. Und jetzt haben wir Prestige, Irelia. Der sieht aber echt geil aus. Jetzt mal ganz ehrlich. Der sieht richtig, richtig geil aus. So, warte. Jetzt habe ich wieder alle, oder? Nur zur Sicherheit. Schauen wir nochmal nach. Warte mal. Hauen wir die beiden nochmal eben kurz raus. Kann ich mich jetzt auch nochmal bald namechangen? Also. Skins ist alles geholt. Kollektion. Skins. Wie viele Skins habe ich überhaupt? Bestimmt schon fast 1000, oder? 950. Okay. Wenn wir runter scrollen. Badabing, badabum. Fehlt uns halt echt nicht mehr viel. Leute, we did it. Okay, warte. Wie macht ihr das denn mit dem Giveaway? Leute. In den nächsten drei Videos. Ja. Die nächsten. Also nicht das, sondern die drei, die danach kommen. Die Leute, die als erster Erster kommentieren mit ihrem Ingame-Namen. Kriegen Skin von mir. Ganz einfach, oder? Machen wir das so. Ich glaube, das ist so ganz cool. Aber ja, Leute. Das war es dann von mir. Wir haben ein bisschen reingeintet, glaube ich. Wir haben getrollt. Aber. Warte mal. Bin ich behindert? Ich hole mir das Ticket. Ja, whatever. Ja. Ich bin dann erst mal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein. Ach so. Bevor mir jemand schreibt, ich hätte auf meinem Smurf mir dann dorthin das dann rüberschicken sollen. Geht nicht, Leute. Ihr müsst, euch muss mehr als zehn Skins fehlen, damit man das macht kann. Aber jo, ich bin auch erst mal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020